Sie war das bekannteste Gesicht der letzten Generation. Eine Psychologiestudentin aus Bayern, die sich auf Österreichs Straßen festklebte und dafür sogar im Gefängnis saß. Anja Windel will trotz des plötzlichen Zerfalls der Protestbewegung nicht aufgeben und weiter für den Klimaschutz kämpfen. In einer ersten Reaktion zeigt sie sich wahnsinnig traurig. Ich finde es wahnsinnig traurig, dass der Schritt notwendig war. Aber offensichtlich scheint die Gesellschaft und auch die Regierung die Fortsetzung der Menschheitsgeschichte einfach sehr, sehr gleichgültig zu sein. Und wir sehen gerade nicht oder beziehungsweise keine Option mehr, dass auf unsere Forderungen von Recht auf Überleben, auf Klimaschutz, auf Verfassungsrang eingegangen werden würde. Das ist keine kurzfristige Entscheidung. Es steht schon länger im Raum. Es ist einfach ein Armutszeichen für unsere Gesellschaft, dass das jetzt auch auf vier Art und Weise passiert. Es sei aber auch Bezug gesagt, dass auch wenn wir keine Proteste mehr unter dem Namen Letzte Generation durchführen, es durchaus neue Widerstandsprojekte geben wird. Ich werde auf anderer Ebene weitermachen. Oder in anderer Form. Beziehungsweise auch nicht nur ich, sondern auch viele Teile derjenigen, die bei der letzten Generation bis dato aktiv waren. Was ich der Bevölkerung antwere, ist im Vergleich zu dem, was Karl Nehammer und Konsorten gerade uns allen als Menschheit antun. Und das ist uns kollektiv weiter in den Suizid reintreiben. Einfach nur das nötige Warnzeichen, dass wir so nicht weitermachen können. Der Status quo, der bedeutet unseren Tod. Der tut auch an der Stelle nicht, dass die Regierung nicht genug ist. Sondern auch Sie als Medienvertreterinnen haben auch dazu beigetragen, dass auch unser Anliegen des Protests immer mehr auch in den Hintergrund geraten ist. Genauso wie jedes einzelne Individuum in unserer Gesellschaft die Chance gehabt hat, sich beispielsweise auf Protesten anzuschließen. Wir müssen wirklich auch jetzt immer noch uns kollektiv zusammenstehen, uns organisieren, damit diese verbrecherische Regierung nicht einfach so weitermachen kann. Der Meinung bin ich auch nach wie vor. Und ich bereue auch keinen der Proteste, an denen ich teilgenommen habe, weil es absolut notwendig war und ist. Die Klima Shakira kündigt an, in ihrer Heimat Deutschland, aber auch in Österreich weiterhin aktiv bleiben zu wollen. Konkrete Schritte gäbe es zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht.